Grüß euch Leute, freut mich, dass du wieder mit eingeschaltet hast zu diesem Video. Der Bitcoin immer noch zwischen All-Time-High und 60.000 Dollar in seiner Preisfindungsphase. Extreme Volatilität nach oben und nach unten haben wir bisher die letzten Wochen und sogar Monate beobachtet. Und jetzt bekommen wir so unseren ersten richtigen Dämpfer, die aktuelle Korrektur. Mit knapp über 15% lässt sich auf jeden Fall schon mal sehen und die Panik am Markt ist definitiv zu spüren. Wir sehen uns im heutigen Video beiderseits Gründe an, warum ist dieser Dump so stark, warum korrigieren wir gerade so runter. Und wir finden da viele Quellen, die im Millionen- und sogar Milliardenbereich an Abverkäufen bedeuten. Das Ganze hilft uns auch zu verstehen, warum Grayscale gerade hunderte Millionen Tages Outflow hat. Also wirklich enorme Mengen verkauft, da sie das teilweise Firmen intern sogar verkaufen müssen. Da sehen wir uns auch das Ereignis Mitte Februar an. Und was spricht natürlich auch für ein Ende dieser Korrektur, welche Gründe sehen wir, warum Bitcoin weiterhin über die 70.000 Dollar stärken sollte. Und im Endeffekt dann natürlich auch neue Ultimize in den Chart drückt. Natürlich gebe ich euch auch ein Update zu meinen Bitcoin Long Positionen. Wie händle ich diese Korrektur? Und wir sehen uns natürlich auch ein Copy Trading Update an. Dementsprechend bedanke ich mich natürlich wie immer für euren massiven Support. 99% Daumen nach oben, 98,8% Daumen nach oben, 500 Likes unter einem Video. Das sehe ich absolut nicht für selbstverständlich. Und ich bedanke mich für jeden, der eben hier in der letzten Zeit dazugekommen ist. In den letzten 28 Tagen haben wir fast 1600 Abonnenten dazubekommen. Da heiße ich dich natürlich herzlich willkommen mit uns gemeinsam in diesen Bull Run reinzugehen. Wie du vielleicht schon in unseren Copy Trades gesehen hast, wir sind hier seit den 20.500 Dollar Levels long gegangen für Long Term Positionen, wo wir unsere Bitcoins hier verdreieinhalbfachen konnten. Und hier wirklich enorme Profite aus den niedrigen 20.000ern, 30.000er Bereichen, aber auch aus den 40.000er Bereichen mitnehmen konnten. Dementsprechend konnten wir das Markttiming in Bermarkt sehr gut timen. Und ich nehme jetzt auch schon im Endeffekt meinen dritten Crypto Bull Run mit, wo ich persönlich denke, dass ich den Bitcoin gut einschätzen kann, wie wir über dem Altium High jetzt traden, wie man diese Korrekturen mitnehmen sollte. Und das besprechen wir im heutigen Video. So, unser Bitcoin Altium High ist jetzt eben knapp bei 73.500 Dollar ausgetoppt. Die 74.000 Dollar wurden ganz knapp nicht erreicht. Und jetzt haben wir im Endeffekt einen kleinen Rücksetzer, der hier mit knapp über 15% schon lässig ist und definitiv viel Panik im Markt macht. Wir haben es nämlich auch gesehen, warum wird hier abverkauft. Die Zahlen, die wir jetzt von den Börsen immer schwarz auf weiß oder im Endeffekt rot auf weiß bekommen, weisen auf große Abverkäufe hin. Hier im Endeffekt die Digital Currency Group im Vordergrund, bei denen im Bermarkt finanziell nicht alles gut gelaufen ist, mit Lending, mit verschiedenen Krediten und Co., die an Kunden herausgegeben wurden, hat es hier zu Problemen geführt. Es wurden dann auch Gerichtsprozesse gestartet, so wie wir es jetzt gerade in New York sehen. Dort werden ca. 3 Milliarden Dollar an Betrug oder an Schaden im Endeffekt festgestellt, die vielleicht jetzt an Kunden ausgezahlt entschädigt werden müssten. Das Ganze läuft eben gegen die Digital Currency Group. Dort ist eben Genesis, Genesis Lending und alles Mögliche mit inkludiert. Tochterfirmen, Firmenkonstrukte. Dort haben wir Mitte Februar gesehen, dass sie eben 1,6 Milliarden Dollar an Bitcoin Trust Shares und auch Ethereum Trusts und Co. abverkaufen durften, gesetzlich genehmigt. Und jetzt kann man natürlich darauf spekulieren, wenn diese Firma wieder eine milliardenhohe Strafe zahlen müsste und sie nur Bitcoin-Rücklagen hat oder den Großteil ihres Kapitals von Bitcoin rausziehen müsste, dann wäre das natürlich hier verheerend oder würde zu sehr starken Abflüssen führen. Genau das sehen wir aber auch schon im parallelen Bereich. Mehrere 100 Millionen Outflows pro Tag. Das könnte eben auch so eine Ansparung hindeuten, dass jetzt für diese Strafen schon gespart wird, Liquidität rausgezogen wird in Bitcoin-Ultim-High-Regionen, was sich für diese Firma im Endeffekt schon als eigentlich guter Exit erweist. Deswegen behalte ich hier ein strenges Auge drauf, was passiert hier. Und eins ist natürlich optimal. Wir sehen es einfach, die Abverkaufsmöglichkeiten von Grayscale, die geht einfach zurück. Mit der größten Bitcoin-ETF mit über 600.000 Bitcoins zum Start und Bestätigungen der Spot-ETFs hat bisher 257.000 Bitcoins abverkauft und jetzt sind sie noch im Besitz von knapp 360.000 Stück. Also dieser immense Abverkaufsdruck, diese potenziellen Dump-Bags, die hier richtig großen Kursverlust bedeuten könnten, wurden bisher extrem gut von BlackRock, Fidelity und Konsorten aufgekauft. Das hat wirklich viel abgefedert. Im Schnitt hatten wir sehr, sehr gute ETF-Inflow-Zahlen jeden Tag. Und jetzt, wo es einfach mal konzentrierter in große Abverkaufsummen geht, leidet einfach der Kurs darunter. Das ist absolut in Ordnung. Das muss man einfach so mit einwegen, wenn eine große Instanz hier viel verkauft, dass das trotzdem vom Kurs, vom Long-Term-Preisziel kein großes Problem darstellt. Wir haben immer noch die Käuferseite. Und da sieht es im Großen und Ganzen extrem grün aus. Das ist auch der Grund, warum der Bitcoin so stark angestiegen ist. Jetzt extreme Inflows, über eine Milliarde Netto-Inflow am besten Tag bisher. Und ich glaube auch, solange Grayscale hier abverkauft, wird sich das immer ein bisschen einpendeln. Ist das noch ein kleines Zeitfenster, wo wir noch nicht die totale Kursexplosion beim Bitcoin sehen, sondern eben hier noch diese Abverkaufsinstanzen im Markt drinnen haben. Das ist auf jeden Fall so der Grund für diese Korrektur, den ich persönlich im Vordergrund sehe. Denn alles andere ist im Endeffekt weitaus positiver, als man es in diesen Tagen wahrnimmt. Und zwar, das ist die Statistik ohne Grayscale. Dort geht es einfach hammerhart weiter. Tägliche Rekordvolumen und im Endeffekt kaum Outflows. Outflows, immer positiver Net-Inflow bei den ganzen neuen Instanzen, die im Markt eben dieses Produkt anbieten. Und wenn dieser Kaufdruck bestehen bleibt und irgendwann Überhand gewinnt, dann ist es natürlich wichtig, wie viele Bitcoins werden denn überhaupt gerade verkauft im Markt. Wenn wir dort in die Liquiditätsbücher der Börsen reinsehen, haben wir hier folgendes Bild. Und zwar in diesem weißen, eingekreisten Bereich sieht man hier ein paar dünne, rote Abverkaufsmengen an Bitcoin. Und unter uns in den 60.000er-Bereichen, genau hier, wo Bitcoin gerade seinen kleinen Support findet, dort haben wir massive Kaufwalls. Also dort sind Order platziert, Limit-Orders, wo die Marktteilnehmer dann einfach kaufen werden. Bei 60.000, 62.000, 63.000 sind hier viele Kauforder platziert. Und sollte dieser Kaufdruck auf jeden Fall weiter bestehen und weiter nach oben hin verlagert werden, weil Bitcoin nicht genug fällt, dann haben wir über uns wenig Kaufvolumen. Das würde hier erst wieder ab 74.000 bis 80.000 Dollar greifen. Also ich würde auch hier dem Bitcoin eine faire Chance geben, einfach in dieser Price-Range einiges an Price-Discovery, an Preisequilibrium zu bilden. Und sobald sich hier der Markt einig ist, okay, es wird im Endeffekt nicht günstiger, wir müssen Bitcoin jetzt kaufen, dann kann sich so eine Konsolidierung, so eine Preisfindungsphase nach oben hin entladen und es bekommt niemand mehr günstige Bitcoins. Was aber auch passieren könnte, ist kurzfristig großes Abverkaufsvolumen, das uns auf verschiedene Support-Bereiche drückt. Und um hier im Chart auf meine Preisziele einzugehen, sehen wir uns natürlich meine aktiven Trading-Charts an. Denn ich persönlich habe meine Long-Positionen, die ich hier aus den 20.000ern, 30.000ern und 40.000er-Regionen aufgebaut hatte. Das könnt ihr hier anhand von diesen grünen Pfeilen sehen, die hier einzeln immer im Markt eine Long-Position, einen Long-Einstieg einzeichnen. Da haben wir auf jeden Fall mit unseren Long-Closes definitiv gut in schwarze getroffen, was das Take-Profit anging. Und gleichzeitig aber auch angefangen, wieder eine kleine Long-Position zu starten. Und weil man eben gesehen hat, der Bitcoin 4 in Green Index, alle Indikatoren maximal überhitzend. Wir waren beim 4 in Green Index bei 92, da kann es schon mal einen Rücksetzer geben. Und da sieht man jetzt einfach, die Gier geht zurück. Wir sind immer noch auf über 60.000 Dollar und in einem Bullrun pendelt sich hier wirklich der Kurs hoch. Macht eine kurze Korrektur. Die Leute schaffen es irgendwie, dass sie bei 60.000 Dollar nicht mehr so gierig sind wie bei 70.000 Dollar. Teilweise sogar der 4 in Green Index in All-Time-High-Regionen in Angst umschwenkt. Und das ist für mich so knapp unter dem alten All-Time-High noch lange kein Grund, irgendwie zu ängstlich zu sein, zu stark auf Korrekturen zu setzen. Denn eins ist klar, okay, wenn dieses Spiel zwischen auf- und absteigenden Kursen hier noch weitergeht, dann wird irgendwann dieses beide-Dipps-Szenario tatsächlich zum Bullrun-Top werden. Und für immer funktioniert dieser Optimismus natürlich nicht, wenn du sagst, okay, Korrektur, wie long in das wieder und und und. Einmal im Bullrun beginst dann, dass es nicht der Dip war, sondern der Anfang des Bärenmarktes. Den schätze ich aber trotzdem noch bei weit höheren Preisen ein. Und es wird ganz sicher noch die ein oder andere Korrektur geben. Auch bei dieser Korrektur möchte ich mich nicht zu 100% einigen, dass es schon vorbei ist mit dem Abverkauf. Deswegen liegen hier noch einige 1.000 Dollar an Long-Position-Volumen auf der Seitenlinie. Wir warten hier auf Preise von 55.700 Dollar. Dort wird die nächste Long-Position getriggert. Die nächste bei 50.000 Dollar und sogar bei 43.000 Dollar versuche ich es noch mit Long-Anstiegen zu den aktuell laufenden Gebühren dieser Position. Das ist wirklich gut. Wir sehen alle 8 Stunden gerade die Kosten für diese Position. Die Positionsgröße ist gerade bei 16.000 US-Dollar. Und alle 8 Stunden kostet das im Endeffekt eine Gebühr. Also für 16.000 US-Dollar, 4,60 Dollar. Wir haben eine extrem starke Erholung bei diesen Funding-Fees gesehen. Die waren ja teilweise 10 Mal so hoch. Und genau das ist, was wir brauchen. Viel Angst im Markt, viel Short-Volumen. Und das existiert tatsächlich gerade. Wenn wir auf den Wochencharts der Liquidation-Heatmaps eingehen, dann sehen wir hier massive Short-Volumen. Hier beim Ultimate sind 500 Millionen Dollar drin an Liquidierungen. Hier mehrfache hunderte Millionen Dollar an Short-Volumen. Und oftmals im Bullrun ist es so, die Angst und Panik im Markt bei immens hohen Preislevel lässt Leute darauf spekulieren, dass man jetzt in die Short-Richtung tradet, dass man auf fallende Kurse setzt. Und das ist früher oder später dann die absolut falsche Entscheidung. Bitcoin ist kein Asset, das zum Short-Traden geeignet ist. Vor allem nicht in einem Bullrun. Dementsprechend ist das aufbauende Short-Volumen hier für mich ein sehr, sehr guter Indikator, dass wir wahrscheinlich früher oder später wieder einen Ausbruch nach oben sehen. Denn genauso wie die Long-Positionen nicht unendlich Geld verdienen können und hier bei diesen Korrekturen ordentlich liquidiert werden. Genauso läuft es auch auf der Short-Seller-Seite. Es wird nicht jeder, der das Ultimate Short hat, auch profitabel seinen Short schließen können. Und für mich als Long-Trader spielt dieses Gegengewicht jetzt extrem in die Karten. Teilweise bekommst du sogar positive Funding-Fees. Also du bekommst für Long-Positionen teilweise sogar Geld alle 8 Stunden. Das ist natürlich der Optimalfall. Wir sehen hier quer durch die Bank schon die ersten Börsen, die hier für Long-Positionen positive Funding-Fees bezahlen. Da bin ich dann natürlich gerne auf der Long-Seite. Vor allem, weil es jetzt wieder günstiger ist, auf steigende Kurse zu setzen. Und falls du noch eine Kryptobörse brauchst, ich persönlich trade seit fast zwei Jahren auf der Börse BitGit. Habe hier eine komplett öffentliche Trading-Historie. Über 600 Tage bisher aufgebaut. Wir traden Low-Leverage-Long. Und das ist bei sehr vielen aus unserer Community extrem gut schon im Bullrun aufgegangen. Natürlich, wenn du ja deine Bitcoins verdoppelst, verdreifachst, dann macht das auf jeden Fall etwas mit deinem Portfolio, wenn Bitcoin selber auch nochmal 500% Gewinn macht. Das war wirklich eine der besten Strategien, um in den Bitcoin-Bullrun reinzugehen. Und jetzt halte ich es immer noch für möglich, seine Long-Positionen profitabel im Markt zu platzieren. Falls du nicht genau weißt, wovon ich da überhaupt spreche, schau dir gerne meine Trading-Playlist an. Hier gibt es alle Infos über wie setze ich überhaupt eine Long-Position. In diesem BitGit-Tutorial, was ich dir hier oben verlinke, kannst du die ganze Börse kennenlernen. Wo sind hier die Knöpfe zu drücken? Was kann ich auf der Börse überhaupt machen? Dann helfen dir die Videos weiter wie meine Bitcoin-Hebel-Strategie. Der richtige Hebel, Trades hochskalieren. Das macht im Bullrun alles richtig Spaß. Vor allem, wenn wir kontinuierlich die Korrekturen kaufen und in den Hochpunkten natürlich Profite nehmen. Das sollte auf jeden Fall bei Bitcoin eine machbare Sache sein. Bei Altcoins und Traden und Hebeln mit Altcoins bin ich selber nicht der größte Freund davon. Da bin ich tatsächlich, sieht zwar gut aus mit vielleicht Ethereum 100%, Ethereum 200%, Abdos hier mal 90%, Solana 150%, aber es gibt hier auch dann einzelne Positionen, die wirklich auch in den Stop-Loss laufen im Altcoin-Bereich. Bei Bitcoin ist wirklich so das einzige Asset, das sich Long-Term ohne Probleme longen kann. Und jetzt, wo viele Leute in den Markt kommen und Short-Positionen eröffnen, da denke ich mir, dass das Sentiment mit Kaufkraft, mit grundsätzlicher Akzeptanz des Bitcoins weltweit hier ein gutes Fundament gibt, um eine Long-Position reinzusetzen. Und was auch immer hilft, aus diesem Crash-Szenario rauszukommen, das im Kopf im Endeffekt entsteht und im Endeffekt Zweifel, Angst und Co. reindrückt. Geh mal hier auf den Bitcoin-Chart, wenn du Google eingibst, ganz einfach diese Korrektur auf 5 Tage gesehen vom All-Time-High runter. Das sieht natürlich lästig aus, in so einen Kurs zu investieren. Das sieht eigentlich aus wie ein toter Chart. Dann zoome ich aber einfach mal auf einen Monat raus und sehe so, okay, eigentlich ist es nicht wirklich viel, was gerade passiert ist. Wenn ich auf 6 Monate rauszoome, sehe ich, okay, krass, das steigt eigentlich unglaublich weiter an. Auf ein Jahr gesehen ist das Ganze noch viel heftiger und ich sehe, es ist nur ein kleiner Rücksetzer. Und der Aufwärtstrend, der ist absolut intakt. Auf 5 Jahre gesehen, wow, wir traden am All-Time-High. Und so ein kleiner Rücksetzer, das haben wir schon mehrmals gesehen und jetzt im Endeffekt auf All-Time-High zu traden, macht auf den maximalen Chart dann natürlich nochmal den Anspuren, dass der Bullrun erst richtig losgeht. In genau dieser Position, denke ich, befinden wir uns. Der Bullrun startet erst. Altcoins waren im Durchschnitt eigentlich bisher eher enttäuschend. Bis auf einige Nischen, einige verschiedenen Coin-Bereiche gibt es natürlich Erfolge zu feiern. Aber viele Altcoins sind da noch nicht ganz in ihren Run reingekommen. Deswegen nehme ich immer noch extrem gepumpte Altcoins aus dem Portfolio, wie zum Beispiel bei Meme-Coins der Fall war. Nehme die Profite, stecke sie in Bitcoin, weil ich denke, dass ich hier diesen Lift nach oben, wo ich mein Geld jetzt reinlegen kann, immer noch ein paar Stockwerke nach oben drücken kann. Das ist auf jeden Fall die Ausgangslage für mich, wie ich diesen Markt nutze. Gerne kannst du natürlich bei Fragen, Antworten oder Anregungen in unsere Telegram-Gruppe kommen. Dort ist natürlich immer ein offenes Ohr. Ich poste dort immer verschiedene Sachen, Infos und Analysen mit rein. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Kannst du gerne kostenlos teilnehmen. Ich denke, die Bitcoin-Korrektur wird früher oder später zu Ende sein. Und dann stehen wir mit unseren Long-Positionen wahrscheinlich wieder sehr stabil in einem aufstrebenden Markt. Und da halte ich euch natürlich wie immer gerne auf dem Laufen. Also wünsche ich euch wie immer was. Vergiss nicht zu liken und zu abonnieren. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Livestream-Video, Telegram-Gruppe oder in den Kommentaren. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.